hallo und willkommen zu einer neuen folge fort mit mir den hero crafter a.k.a. max a.k.a. neuer fortnite leute leute heute leute spielen wir battle royale mit justin das hört mich ein bisschen abgestimmt beziehungsweise das heißt abgestimmt er hört das paar sekunden später als es eigentlich sage wenn ihr uns ja wenn du mich doppelt also wenn die leute mich doppelt hören nicht wunderbar bei efi efi auch so bei freundin freunde also nicht wurden leute nimmt man nicht über das ist der playstation bullshit wir nehmen auf der playstation beziehungsweise ich ne wieder auf der playstation auf justin eigentlich auch wer zockt darüber ich kann auch nehmen wenn ihr wollt 5.000 likes ok gut ich weiß ok leute ich hoffe euch geht's gut mir geht's auf jeden fall gut und justin geht's groß leute alter justin ok leute wir sehen uns gleich in game leute bis gleich und das sind wir wieder leute wir landen natürlich bei der zitadelle mit den justin heute justin ist level 63 ob er den battle pass noch schafft die season geht und noch dreieinhalb wochen oh mein gott ob ich ihn schaffen ist eine andere frage schaffen schaffst du ihn ist heute der erste heute ist der erste heute und jetzt hast du es bedeutet ein neuer monat bedeutet auch neue mobile daten für euch kinder machen justin hat 24 tage noch zeit bevor die neue season anfängt beziehungsweise seit 23 tage heute zwei tage vorher auch mit dem battle passen justin hast du noch 23 tage wenigstens level 100 zu kommen aber ich habe die sache nicht wollte ich habe einen skin und ich habe einen anderen skin ja aber du wolltest doch den den in lila haben oder nicht jetzt überlegt justin nochmal Leute dieser skin ist der neue fordnake true skin das ist die weiß nicht alexa glaube ich oder heißt sie so ich weiß es nicht auf jeden fall richtig nice skin sorry wir haben irgendwas mit meiner stimme heute wir nehmen auch relativ frisch auf und deswegen hört sich meine stimme immer ein bisschen bisschen cracky an nein nicht cracky man justin hier war jemand oder ja und wo achso ne ich dachte ich dachte ich dachte ein real life achso ja ein real life war bei justin auch jemand ja hier sehen wir bei mir unter mir über mir neben mir hey justin hallo wo sind die leute ich habe gebaut justin oh die kommt zu zweit justin ich komme dann komm zu mir warum hast du ein mida ach nee ich wollte dir sagen warum hast du ein mida skin den gibt es auch einen shop ja aber nicht den originalen ich dachte du hast den oh fuck hab einen hast du gesehen wie viele schüsse der gebraucht hat der dadgag dadgag oh der ist oben, der ist oben, der ist oben ich bin tot justin hallo ab, hallo ab, hallo ab, hallo ab, hallo ab, hallo ab, äh oh schade okay leute ich hoffe euch hat die folge gefallen lasst ein like da, abonniert wenn ihr es euch kennt und aktiviert die glocke ist ihr kein weiteres video verpasst schaut in die videoschreibung, da ist das verlinkt, wegen justin ist die folge zu ende in dem sinne, haut drin, pisst an und ciao leider